erkläre bitte deine handlung ich kann doch nix dafür dass du nix siehst mensch mädel gott ich stecke fest kacke auch mann ernsthaft wie gut dass ich die noch nicht weggemacht habe wollte ich eigentlich schon weg machen wir müssen wir müssen es anders machen glaube ich ich komme gar nicht mehr hoch das ist ungeil also folgendes ich mache eine neue seilrutsche um hoch zu kommen zu fern das sehe ich ja im leben nicht ich glaube da ganz leicht sehe ich den weißen punkt ne scheiße ok wir sind wir sind am ende des turms angekommen glaube ich komme nicht mehr hoch ne fuck kein fahrstuhl ne scheiße was machen wir denn da jetzt was könnte funktioniert haben oder auch nicht wir bauen einfach von hier aus geht auch oh mann ich komme hier nicht mehr weg ich bin im boden drinne scheiße was machen wir denn jetzt wenn ich da nicht mehr hochkomme ist ja auch kacke das ist jetzt doof das ist jetzt doof das wird ja auch nicht gehen nee ich dachte ich kriege da jetzt nochmal schnell wieder eine treppe hin aber das ist gerade voll kacke ohne scheiß dann ist das limit erreicht nein ich gebe noch nicht auf moment ich habe noch eine idee ich habe noch idee ich habe eine idee es muss nur funktionieren das das ist jetzt erstmal schwierig weil ich kaum hochkomme aber ich probiere es ich will den nicht aufgeben ja ok so stapelt halbe stunde umher ja nee nicht ganz also ich habe ich habe schon einen plan ich muss da verfickt nur noch mal raufkommen einmal einmal es muss einmal irgendwie funktionieren so wie jetzt hat es glaube ich funktioniert wenn ich hier rauskomme jetzt ah ok gut so cement mal jetzt sag nicht das geht nicht nein das geht nicht warum nicht ich schlag dir die fresse stört da irgendwas der wahrscheinlich er wird stören ok 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 ich muss das vorher speichern sonst bin ich am arsch hast besuch im haus im haus nicht glaube ich oder am haus kann greco knossi und bärbel macht schwimmkurs weiße einer ist auch drin bärbel hier soll jemand drin sein so jemand bemerkt oder hat er dich bist doch weil du so chillig bist hier keine knarre gezogen meinte gegenüber also da stimmt da geht er als hätte er sich in die hose gekackt ich weiß immer noch nicht wie die reinkommen noch einer das doch das loch da im zaun ist welches ich irgendwie nicht mehr zu krieg so also wir müssen mal eben speichern weil wenn das jetzt nicht funktioniert ist arsch ist richtig arsch gehen wir mal aus der sonne na kollege voll durchs gebiss du geh mal nach hause ich hab da jetzt keinen bock drauf oh man ich bin gespannt ich bin gespannt sehr geil das war schon mal nicht das was ich wollte aber egal das war schon mal ich bin gespannt aus ich bin gespannt komm schon aus mit dir okay dauert immer ein bisschen aber funktioniert ich weiß gar nicht komme ich da wohin wo ich hin will das wird eng so der muss weg jetzt müssen wir den sturz überleben und müssen noch mal hoch ist auch keine manchmal schreit er schon bei kleinsten kleinsten fallen kann ich mir reden ist vorbei heute kann es sein dass du dumm bist oder sowas aber eben diesen riesenfall alles gut passt so und ich hoffe dass das jetzt klappt dann haben wir wenigstens dann kommen wir wenigstens wieder nach oben aber er macht ihn hier nur also ist es liegt deswegen liegt deswegen liegt es an der seilrutsche oder ist es jetzt einfach zu hoch was ja irgendwie auch logisch wäre weil von hier aus ging es ja wir müssen da irgendwie wieder hochkommen und wenn nicht wie gesagt ist der turm erstmal erreicht bis wir bis mir was neues einfällt ich habe auch keinen bock mich jedes mal hier rein zu backen um dann irgendwann in fünf stunden wieder rauszukommen ne das ist zu lang okay das auch dann muss ich das so machen wie es eigentlich gedacht hatte so nicht nur moment wir laden mal eben neu auch ne idee leute schmeißen wir was in chat so genau hier was Na, Kollege? So, jetzt ist natürlich das ganze Holz weg, also die halben, aber das ist nicht ganz so schlimm, wie ich finde. Ja, Etage, ich wollte jetzt eigentlich, das Blöde ist, dass ich jetzt hier die Treppe schon weggenommen habe, ein zweites Seil machen, aber halt, das habe ich ja jetzt hier dran. Als Beispiel wollte ich es dann da dran, dass wenn ich da hochkletter, weiter hier hochkommen. Das Blöde ist, es geht jetzt natürlich nicht, weil ich ja hier eigentlich das Holz gerade... Ich wollte eigentlich noch höher, aber... Ich glaube, wir müssen erstmal... Es erstmal dabei belassen. Oder ich muss halt... Zement mal... Ich habe ja eine Idee jetzt, ne? Dass wir sagen... So, hier wollte ich... ...noch, ähm... ...wieder nach oben gehen. Genau. Dass ich mir... ...von da, von den Felsen... ...hier nochmal eine Seilerutsche hochballer. ... ...verlängert sich das Seil automatisch, wenn du Etage für Etage wächst. Wäre doch auch gut, oder? Ne, leider nicht. Das hatte ich auch schon mal probiert. Da war das... ...drei Etagen lang. Und dann habe ich den Fußboden weggenommen und dachte, es fällt dann weiter runter. Aber das macht es leider nicht. So, und dann gehen wir da auf die Felsen. Sofern ich da... ...unbeschadet ankomme. Oh, okay. Was geht noch? Damit keine... Oh, blöde ist jetzt jetzt die Kollegen da, ne? Ich geh mal so rum... So, dann umgehen wir das halt eben anders. Ich glaube, das Blöde ist jetzt mit der Treppe. Ich muss da mal gucken. Ich muss jetzt ja weiter hochkommen. Das ist jetzt das nächste Problem. Ich schick mal eben wieder ein bisschen Holz hoch, weil sonst wird Kevin langweilig. Das gute ist ja, dass man jetzt bei den Seilrutschen noch... Ähm, die... Da ist er ja. Die Wände, dass man da durchglitscht. Äh? Der stand doch eben mal hier. Wohin, 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 wohin. Folge mir. Hol, Stämme und der Hälter füllen. Alter, du hast da hinten noch Holz, oder? Ach nee, ich habe neu geladen. Das liegt da glaube ich nicht mehr. Mein Fehler. Ach, das war Kevin. Boah, ich dachte eben schon... Ist auch... Ich sehe, es läuft... Nein, 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 nein Ja, ja, es läuft, kann man so sagen Ähm So, letzter Tag, ne, heute Dann können wir alle entspannt Den Sonntag ausklingen lassen Oh, nee, das war auch wieder falsch, ich wollte doch da hoch extra dafür gebaut manchmal bin ich aber auch also wirklich raus ja